Demosthenes war der wohl bedeutendste griechische Redner. Nach dem Philokrates-Frieden des Jahres 346 v. CHR stieg er zum führenden Staatsmann Athens auf. Diese Position konnte er bis zur Hapaus-Affäre 324 v. CHR behaupten. Leben. Mit sieben Jahren verlor Demosthenes seinen Vater einen wohlhabenden Schwert- und Möbelfabrikanten gleichen Namens, der ihm einige Ergasterien mit dreißig Sklaven hinterließ. Bis zu seiner Mündigkeit stand er unter Vormundschaft von drei durch den Vater testamentarisch bestimmten Verwandten Aphobos, Demophon und Theripides, die in den Augen des Demosthenes das Vermögen schlecht verwalteten und große Teile verwirtschafteten. So war es seine Mutter Cleobula allein, die ihn mit Sorgfalt aufzog und für seine gründliche Ausbildung sorgte. Das Erlebte mag ihn mit veranlasst haben, die Redekunst zu erlernen. Als seine Lehrer werden unterschiedliche Persönlichkeiten überliefert. Laut Cicero, Quintilian und Hermipus ging er bei Platon in die Lehre. Lukian zählt Aristoteles, Theophrast und Xenokratis zu seinen Lehrern. Allgemein sieht man nach Plutarchen Isaios einen wohl auf Erbrecht spezialisierten Redner, den Lehrer des jungen Demosthenes. Seine schwächliche Stimme und Konstitution, die ihn zum Redner nicht prädestinierten und ihm den Spitznamen Beta Alpha Tau Alpha Lambda Omikron Sigma einbrachten, überwand er durch ausdauerndes Training zumindest für vorbereitete Reden, behielt seine rednerische Schwäche hingegen in unvorbereiteten Reden. Im Alter von 20 Jahren klagte er die Verwalter seines Erbes der Veruntreuung an und erreichte die Verurteilung des einen Vormunds. In den beiden anderen Fällen kam es wohl zu einem Vergleich. Insgesamt konnte er nur einen Teil des verlorenen Erbes zurückgewinnen. Erhalten ist seine Rede gegen Aphobos. Die zahlreiche Details zur Wertschöpfung und Produktion artischer Ergasterien sowie zur Vermögensverwaltung des 4. Jahrhunderts v. CHR liefert. Die gewonnene Bekanntheit und die erworbenen Kenntnisse nutzt er in der Folge um sich jungen Männern in ähnlicher Lage als Logograph anzubieten. Im Jahre 354 betätigte sich der 30-jährige Demosthenes erstmals als Redner in einer Angelegenheit, die den Staat betraf. In der Rede über die Simorin, bereits zuvor in seiner Rede gegen Androthion und in weiteren nachfolgenden politischen Prozessen trat er als Gefolgsmann des Eubolos auf. Später wechselte er die Seite und forderte angesichts der wachsenden Macht Philips II von Makedonien 348 v. CHR, in seiner drei olympische Rede überschüssige Gelder nicht mehr über die Kasse für Schauspielgelder den Bürgern zukommen zu lassen, sondern für militärische Zwecke zu verwenden. 346 v. CHR, gehörte er mit Philokrates und Aeschines der zehnköpfigen Athena-Delegation an, die in Pella mit Philipp einen Friedensvertrag abschloss. Auch Demosthenes trat in seiner Friedensrede für diesen Vertrag ein, klagte aber später mit seinen Gefolgsleuten, darunter Hyperides, ihre Mitgesandten, allen voran Aeschines an. Zum führenden Staatsmann Athens aufgestiegen, schmiedete Demosthenes ein Bündnis gegen Philipp. Dieses Bündnis unterlag Philipp 338 v. CHR, in der Schlacht von Cheruanaya. Trotzdem konnte Demosthenes seine Stellung behaupten. 330 v. CHR, gewann er als Verteidiger des Katesseifon der 336 v. CHR, die Begrenzung Demosthenes zu den Dionysien im Theater beantragt hatte und gegen den Aeschines deshalb eine Gamma-Rho-Alpha-Phi-Phi-Alpha-Rho-Alpha-Ni-Omikron-Mü-Omega-Nü anstrengte. Einen spektakulären Prozess gegen Aeschines als Ankläger. Die in diesem Prozess gehaltenen Reden gegen Katesseifon von Aeschines und für Katesseifon von Demosthenes galten in der Antike als Meisterwerke der Rhetorik, 324 v. CHR, flüchtete der Schatzmeister Alexanders des Großen Hapalos nach Athen. Nach seiner Verhaftung ergab eine Überprüfung, dass ein Teil der von ihm mitgebrachten Gelder fehlte. Der mit der Untersuchung von Demosthenes selbst beauftragte Areopag verkündete als Ergebnis, Demosthenes hätte 20 Talente für die Fluchthilfe erhalten. Dies nutzte Hyperides um Demosthenes zu stürzen, der daraufhin zu 50 Talenten verurteilt und wegen Zahlungsunfähigkeit ins Gefängnis kam, aus dem er flüchtete. Nach dem Tod Alexanders der seit 336 v. CHR, seine Auslieferung gefordert hatte, kehrte Demosthenes aus dem Exil zurück und unterstützte erneut die antimakedonische Partei. Als Athen gegen den makedonischen Stadthalter Antipathos im Lamischenkrieg 322 v. CHR, unterlag nahm sich Demosthenes nach kurzer Flucht das Leben um einer unmittelbar drunden Verhaftung zu entgehen. Werke Unter dem Namen Demosthenes sind 61 Reden, 6 Briefe und 56 Poemien überliefert. In seiner ersten Rede vor der Volksversammlung über die Simorin schlägt Demosthenes vor, das Gesetz über die Steuergenossenschaften effektiver zu gestalten. Daneben kämpft er gegen eine mit der Warnung vor angeblichen persischen Rüstungen geschürte Kriegshysterie. Seit der außenpolitischen Wende, für die ungefähr zwei Jahrzehnte vorher Isokrates mit dem Plataikos und der Rede des Archidamos warb, verbanden sich immer wieder Athen und Sparta. Während die kleineren peloponesischen Staaten bei Thebenschutz vor Sparta suchten, Demosthenes versucht in der Rede über die Megapoliten diese Strukturen aufzubrechen. Das ist der erste Schritt zum Bündnis mit Theben, das schließlich vor Czerwanaia zustande kam. In der Rede für die Freiheit der Rodier fordert Demosthenes die vertriebenen rundischen Demokraten zu unterstützen, und beschwört dazu alte Seebunds-Fantasien. Die erste Rede gegen Philipp entstand vielleicht noch vor der Rede für die Freiheit der Rodier. Da davon das ganze Demosthenes-Bild abhängt, ist diese Frage in der Literatur heiß umkämpft. Die olympischen Reden entstanden 349. Der Streit um die Verwendung der Schauspielgelder ist in ihnen neben dem Aufruf zum Kampf gegen Philipp das Hauptthema. In der Rede über den Frieden verurteilt Demosthenes den 346 geschlossenen Philokrates-Frieden fordert jedoch auf, sich an seine Bestimmungen zu halten, bis man neue Verbündete gefunden hat. Die zweite Rede gegen Philipp ist ein Bericht über eine Gesandtschaftsreise nach Messene und August II Staaten, die bei Philipp Schutz vor Theben und Sparta suchten. 343 v. CHR Hatte Athen eine Gruppe von Kolonisten zur Halbinsel Cersones ausgesandt. Dabei gerieten sie in Konflikte mit der dort ansässigen Bevölkerung, in die sich Philipp einmischte. Daraufhin wollten einige den Anführer der Kolonisten, die Opias abberufen, in Athen vor Gericht stellen und so den Frieden mit Philipp wahren. Dagegen wandte sich Demosthenes in der Rede über die Angelegenheiten in der Cersones. Die Rede über Hallone so stammt von Hegesippus der als Elf-Rede überlieferte Brief Philipps und die Antwort in der Zwölf-Rede stammen aus der Philipp Pika des Anaximenes von Lemsakos. Die dritte Rede gegen Philipp ist die leidenschaftlichste, hasserfüllteste. Die vierte Rede gegen Philipp entspricht im Schlussteil weitgehend der Cersones-Rede. Bemerkenswert ist die im Mittelteil diskutierte Möglichkeit von den Perser im Kampf gegen Philipp unterstützt zu werden. Die Rede gegen Leptines hielt Demosthenes 355 v. c. h. r. für den Sohn des zwei Jahre zuvor gefallenen Chabrias. Chabrias war mit der Atelier der Freiheit von Abgaben für sich und seine Nachfahren ausgezeichnet worden. Leptines hatte folgendes Gesetz durchgesetzt. Es soll niemand die Atelier besitzen, mit Ausnahme der Nachkommen der Tyrannenmörder Hamodios und Aristogaiten. Noch soll es fernerhin erlaubt sein dieselbe zu verleihen. Er wurde angeklagt einen gesetzwidrigen Antrag gestellt zu haben. Demosthenes Rede enthält kluge staatsphilosophische Überlegungen. Leptines Gesetz beschneidet die Rechte des Volkes, indem es auch für die Zukunft die Verleihung der Atelier verbietet. Mit der Verleihung der Atelier sei man eine Verpflichtung eingegangen. Hier erinnert Demosthenes daran, dass die wiederhergestellte Demokratie die Schulden zurückzahlte, die die Dreißig bei den Spartanern zur Bekämpfung der Demokraten aufnahmen. Die Reden gegen Androthion und gegen Timokratis wurden von Deodoros, einem einfachen Bürger, gehalten. Demosthenes hatte als Redenschreiber die Aufgabe ihm Worte in den Mund zu legen, die von den Hintermännern der Klagen ablenkten und sie als Privatrache erscheinen ließen. Der einfache Mann aus dem Volke sollte die Richter wegen angeblicher Übergriffe von Androthion bei der Steuereintreibung erzürnen und so die Verurteilung von Androthion und Timokratis erreichen. Aristokratis hatte ein Gesetz eingebracht. So jemand den Scharidemos ums Leben bringt, soll er im Bundeslande überall aufgegriffen werden können. Der solchermaßen unter Schutz gestellte war ein gerissener Söldnerführer, der die Macht in Thrakien an sich gerissen hatte. Die Rede gegen Aristokratis soll zeigen, dass der Vorschlag von Aristokratis gesetzwidrig und nachteilig für den Staat ist. Zudem sei Scharidemos einer solchen Ehre unwürdig. Zum ersten Punkt bringt er eine ausführliche Darstellung der für alle möglichen Fälle eines gewaltsamen Todes gültigen Gesetze und zuständigen Gerichte. Zum zweiten eine Kritik der Athener Politik in Nordgriechenland und zum dritten eine Geschichte der Treuebrüche und Verrätereien von Scharidemos. Am Schluss findet sich ein zu dem bisherigen sachlichen Stil der Rede nicht passender Ausfall gegen sich bereichernde Politiker. Gegen Maidias ist ein vermutlich aus dem Nachlass veröffentlichter Entwurf einer nie gehaltenen Rede. Der reiche und mächtige Maidias hatte Demosthenes der 348 V. C.H.R. Korrege bei den Dionysien war auf der Bühne des Theaters geschlagen. Die Reden über die Truggesandtschaft und für K.T. Siphon richten sich gegen Aeschines. Die Rede gegen Aphobos sie enthält die Vormundschaftsrechnung mit der Demosthenes den angeblich an ihm begängenen Betrug nachzuweisen versucht. In Gegen Aphobos II berichtet er von einem Antidosisverfahren mit dem er um seine Ansprüche gebracht werden sollte. Aus den beiden Reden gegen Wontor geht hervor, dass Demosthenes zwar den Prozess gegen Aphobos gewann aber dennoch nicht von diesem Geld bekam. Noch bevor der Prozess gegen Aphobos entschieden wurde, ließ sich Aphobos scheiden und als Demosthenes nach dem Urteil seinen Besitz finden wollte, kam ihm dessen ehemaliger Schwager, der schwerreiche Wontor, zuvor. Er behauptete, das entsprechende Grundstück stehe ihm zu, da Aphobos nach der Scheidung die Mitgift zurückzahlen müsse. Demosthenes versucht dagegen zu zeigen, dass in Wirklichkeit gar keine Scheidung stattfand. Demosthenes schrieb vermutlich 350 v. chr. die Rede für Formion für einen ehemaligen Sklaven von Pasion, der gemäß einer testamentarischen Verfügung dessen Witwe geheiratet hatte und das Geschäft weiterführte. Gegner in diesem Prozess war Paschens Sohn Apollodorus. Ein Jahr später beschuldigte Apollodorus Stephanos im Prozess gegen Formion falsch ausgesagt zu haben. Diese Rede schrieb wiederum Demosthenes. Der Grund für diesen ungewöhnlichen Wechsel zur Gegenpartei bestand vermutlich darin, dass Apollodorus als Mitglied des Rates das Risiko auf sich genommen hatte, die Verwendung der Schauspielgelder für Kriegszwecke zu beantragen. Aufgrund dieser einen Rede wurden auch sechs weitere, von Apollodorus gehaltene und von ihm oder einem unbekannten Logographen geschriebene Reden in der Sammlung der Demosthenes-Reden überliefert. In Gegensinnahemis geht es um Betrüger, die dieselbe Schiffsladung zweimal verkauften und um nicht entdeckt zu werden, ein Loch in die Schiffswand schlugen. Bei der Überprüfung der Bürgerrolle hat Eubolides als Vorsteher des Dorfes Halimus die Streichung von Euxetios durchgesetzt. Dieser klagt ihn deshalb hingegen Eubolides an. Eubolides wollte sich an ihm rächen, weil er mit seiner Aussage bewirkte, dass er in einem anderen Prozess unterlag. Der antike Demosthenes-Herausgeber wollte neben den Beratenden-Reden und Gerichtsreden die Sammlung mit ein paar Prunk- oder Festreden abrunden. Der Erotikos stammt sicher nicht von Demosthenes, während der Ifeitaphios vielleicht tatsächlich die 338 v. C.H.R. von Demosthenes für die bei Czerwanaya gefallene gehaltene Rede ist. Fortleben Cicero schätzte Demosthenes sehr hoch. Er plante eine Übersetzung der Kranzrede. Dazu ist eine Einleitung erhalten. Seine Reden gegen M. Antonius nannte er nach Demosthenes Vorbild philippische Reden. 1470 gab Kardinal Bessarion die olympischen Reden heraus, um zum Kampf gegen die Türken aufzufordern. Nibu übersetzte die erste Rede gegen Philipp, um den Kampf gegen Napoleon anzufeuern. Gegen die Auffassung von Demosthenes als Kämpfer für die Freiheit erhoben sich spätestens nach dem Erscheinen von Dreusens Alexander-Biografie Stimmen, die in seinem Kampf einen aussichtslosen Widerstand gegen die Einigung Griechenlands sahen. Ausgaben Demosthenes Politische Reden Übersetzt und herausgegeben von Wolfhard Unte Stuttgart Reklem 1985 Mervin R. Dils Demosthenes Orationes Vier Bände Oxford 2002 zu 2009 Demosthenes Ausgewählte Reden Verdeutscht von Professor A. Westermann Langenscheid-Schäfer-Lagsbuchhandlung Berlin 1855 zu 1911 Demosthenes Rede über die Krone Übersetzt von Friedrich Jakobs Herausgegeben von Dr. Max Oberbeier Leipzig 1877 Dieter Irmer Demosthenes 54 11 zu 12 Ein medizinisches Gutachten Medizinhistorisches Journal 2 54 zu 62 7 9 11 15 17 17 18 18